Wenn es die Klangspur hier vor St. Peter gibt. Da vorstellen Radke de la Rocco mit seinem Recital-Solo-Klavier als dritter und letzter Teil der Klangspur Pettwig 2013. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt erstmal die nächsten sechs Stunden miteinander hier fangen. Ich lasse jetzt so ein bisschen in die Werkstatt des Kompulisten. Ich lasse jetzt so ein bisschen in die Werkstatt des Kompulisten. Ich lasse jetzt so ein bisschen in die Werkstatt des Kompulisten. Musik 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 Amen. 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 Amen.